Herzlich Willkommen beim Brave in One Podcast. Wir sind Tim und Alin und wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, Paaren dabei zu helfen, eine glücklichere und erfülltere Beziehung zu führen und dabei mutige Schritte in die Zukunft zu gehen. Jede Woche teilen wir hier mit dir Gedanken und Erfahrungen zum Thema Partnerschaft. Schön, dass du heute dabei bist und etwas Zeit mit uns verbringst. Wir wünschen dir ganz viel Spaß in der heutigen Episode. Herzlich Willkommen hier wieder bei einer neuen Podcast-Folge. Super, super cool, dass ihr mit eingeschaltet habt. Hallo. Heute. Hallo. Hallo. Ich muss jedes Mal so lachen. Ist eine längere Story, aber wenn Tim das sagt, muss ich lachen. So ein kleiner Insider. Super cool, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Heute ist eine Let's Talk About Folge. Das bedeutet, wir haben auf Instagram abgestimmt, welches Thema ihr gerne hören möchtet, worüber wir sprechen. Jeder stellt sich drei Fragen. Schreibt sich drei Fragen auf und stellt die dem anderen. Genau, also komplett nicht vorher abgesprochen und ganz spontan und ungeschnitten und so halt. Genau, und heute geht es um das Thema Kommunikation. Das hat mit Abstand gewonnen. Genau, das heißt, das Thema Kommunikation wollen wir heute mal so ein bisschen angreifen und mal gucken, was Dieter Lien so darüber denkt. Wollen wir mal mit zu starten, ja? Wollen wir direkt rein starten? Hau rein. Okay. Was, was denkst du hat den größten Hebel für eine gelingende Kommunikation mit dem Partner? Das ist fast wie meine erste Frage. Was hat den größten Hebel für eine gelingende Kommunikation in der Partnerschaft? Generell gesehen, okay. Boah, ich muss echt überlegen, was so bei uns auch der größte Hebel war. Ich glaube, ja, es sind mehrere Punkte. Also, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man den Partner so akzeptiert, wie er ist. Das war ein großes Learning von mir, dass ich dich habe nachdenken lassen, weil ich bin so ein Mensch, ich finde zum Beispiel Lösungen, indem ich rede, Tim, indem er nicht redet und nachdenkt. Und ich habe das voll auch nicht verstanden, warum er über gewisse Themen noch nicht nachgedacht hat. Und wollte dann immer so eine Antwort aus ihm herauspressen. Und er hat halt einfach geschwiegen und nachgedacht. Und ich dachte, er hat halt kein Interesse dran. Also, das war immer meine Wahrnehmung, meine Interpretation da rein. Und für mich war ein großer Hebel, ein großes Learning, tatsächlich zu sagen, okay, Tim ist so, ich gebe ihm einfach Zeit und presse die Antwort nicht so heraus. Das war ein großes Learning. Ein zweites großes Learning oder ein großer Hebel ist auf jeden Fall für eine gelingende Kommunikation, dass man, es gibt halt so mehrere kleine Unterpunkte, würde ich sagen, so kleine Guidelines oder so eine Guideline. Aber ich glaube, dass man viel einfach auch in der Situation nicht nur auf den Partner schaut, sondern einfach ganz viel auf sich selber. Also, dass so Selbstreflexion super, super wichtig ist, auch in der Kommunikation. Weil wenn du nicht bereit bist, dich selbst zu reflektieren in dem Ganzen, ist das halt irgendwie eine schwierige Sache. Ja. Auch wenn es, also ist vielleicht nicht so direkt Kommunikation, aber für mich gehört es da tatsächlich zu. Weil wenn ich die ganze Zeit auf mein Recht beharre und sage, nee, aber ich hatte Recht und, nein, mir geht es doch gut. Und Tim sagt so, sag mal, Darlene, bist du eher unzufrieden, weil ich irgendwie gereizt bin oder sonst was, was ich sonst nicht so bin? Und dann fühle ich mich direkt angegriffen. Das ist halt auch so, was, nimm deine Sachen nicht so persönlich, also die Sachen, die dein Partner sagt, nicht so persönlich. Und das meine ich halt mit Selbstreflexion. Und mir fallen ganz viele Dinge ein. Genauso wie, du hast nach dem größten Hebel gefragt, aber ich kann es ganz schwierig gerade priorisieren. Aber wie dem anderen eine gute Absicht zu unterstellen, finde ich super wichtig. Und wohlwollend zu sein und einen sanften Einstieg zu wählen ins Gespräch. Weil so wie du ins Gespräch reingehst, gehst du auch wieder raus. Ja, das heißt, wenn du irgendwie direkt mit so einem auf Krawall gebürstet, mit so einem Gesprächseinstieg reingehst, dann kann das ganz irgendwie nicht gut ausgehen. Weil natürlich von deinem Partner dann ja auch wieder so die Wellen wieder so hoch zurückschlagen, wie du halt die Wellen quasi ausgesendet hast. Ja, voll. Und daraus resultiert in der Regel nichts besonders Gutes. Ja. Und dieses halt sich nicht angegriffen fühlen, was ich gerade sagte, so unter Selbstreflexion, finde ich total spannend. Weil wenn du es nicht alles direkt so persönlich nimmst, sondern einfach sachlich und ein bisschen analytischer betrachtest und vor allem lösungsorientiert, dann greift es dich selber nicht so an. Und dann artet das auch nicht so in Emotionen aus. Also ich würde sagen, das sind so die drei Punkte. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was der erste war. Ah, doch, dich quasi den anderen so akzeptieren, wie er ist. Sprich, den anderen auch Zeit zu geben, darüber nachzudenken, über eine Antwort. Dann Selbstreflexion und die Dinge nicht so persönlich nehmen. Und das dritte ist, was war das dritte jetzt? Habe ich auch schon wieder vergessen. Ah, du bist doch so ein guter Zuhörer. Ah, ich habe, glaube ich, gesagt, eine gute Absicht unterstellen und einen guten, sanften Einstieg. Ja. Mir fallen jetzt noch andere Dinge ein, aber wir belassen es jetzt mal. Das ist ein Riesenthema. Aber vielleicht, also meine erste Frage ist so ein bisschen ähnlich. Was waren deine größten Game Changer in unserer Kommunikation als Paar? Ich glaube, es ist in der Kommunikation. Bei uns jetzt. Bei uns. Ich glaube, viel, extrem viel hat auch mit innerer Haltung zu tun. Und ich glaube, der größte Game Changer in einer Partnerschaft ist anzuerkennen, dass dein Partner unter Umständen einen Charakterzug hat, der dir dabei hilft, weiter zu wachsen. Das bedeutet, ja doch, es ist schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Kommunikation, weil man dann auch anders damit umgeht. Ja. Man, man, man beurteilt den Partner nicht aufgrund seiner, seiner Charakterzüge oder aufgrund seines anderen Denkens oder Handelns. Also um, um das Ganze vielleicht mal ein bisschen konkreter zu machen. Darlin ist ein extremer Strukturmensch. Gar nicht. Doch, doch bist du. Darlin ist bei uns diejenige, die alles durchplant, die. Nicht mehr alles. Da hast du mir auch sehr viel beigebracht. Genau, da wollte ich jetzt gleich noch drauf hinaus, dass, dass Darlin, also oder so war das zumindest an dem Zeitpunkt, wo sie, wo wir uns kennengelernt haben, dass extrem viel strukturiert sein musste. Auf der Reise war sie auch, also auf unserer Weltreise war sie diejenige, die, die die Route gemacht hat. Sonst wären wir niemals angekommen. Das ist, das ist Quatsch. Wir werden sehr wohl angekommen, nur auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Ich bin da halt ein sehr intuitiver und wir gucken mal so spontan in der Situation, Mensch. Würdest du sagen, du bist intuitiv oder würdest du einfach sagen, du machst dir da keine Gedanken und lässt es auf dich zukommen? Das ist für mich ein großer Unterschied. Ich glaube, das eine resultiert aus dem anderen. Spannend. Ja. Wie auch immer. Wenn man anerkennt, dass der Partner unter Umständen Charakterzüge hat, die für einen selber wichtig sein können, um quasi in seiner Persönlichkeitsentwicklung auf das nächste Level zu kommen, dann bewertet man den Partner nicht mehr aufgrund seiner Charakterzüge, die vielleicht anders sind und hat dadurch wiederum ein viel, viel positiveres Blick auf den Partner und kann dadurch eine, ähm, eine, eine viel bessere Kommunikation haben. Und in unserem Fall ist das jetzt zum Beispiel, dass, ähm, dass Darlene vielleicht ein bisschen mehr diese, ähm, von, von dieser sehr, sehr starken Struktur, äh, Charakteristik in ihrer, äh, in ihrer Persönlichkeit ein bisschen weggekommen ist. Dadurch, dass wir natürlich uns gegenseitig beeinflusst haben. Also ich habe ihr halt so gesagt, hör mal, Darlene ist ein bisschen entspannter, äh, man findet immer auch noch Lösungen in der Situation, alles gut. Dadurch ist sie ein bisschen lockerer geworden und ist ein bisschen von ihren Strukturen weggekommen. Aber genauso gut auf meiner Seite, ähm, durch dieses Intuitive, ähm, und durch dieses sehr starke Momentleben verschließen sich oftmals für mich Möglichkeiten, die ich hätte wahrnehmen können, hätte ich mehr Struktur in meinem Alltag gehabt zum Beispiel. Ich bin aber dadurch, also durch Tim halt viel gelassener geworden und nicht mehr so perfektionistisch, ähm, würde ich sagen. Genau. Und du? Ja, ich habe, ich habe für mich einfach erkannt, dass ich auch Strukturen einfach brauche, ja. Das ist so witzig, weil, ähm, wir würden halt, also, wir sind ja selbstständig. Überraschung, aber das ist so, von außen würde, würden Leute wahrscheinlich sagen, ach du meine Güte, die sind krass strukturiert. Ich würde sagen, wir sind, ähm, wir haben einen krassen Rhythmus. Ähm, das hat tatsächlich auch was damit zu tun. Wir sind sehr rhythmusorientiert, würde ich schon sagen. Ähm, ja. Ja, aber das ist nochmal was anderes im Tagesablauf jetzt, ja. Genau, und wenn man das anerkennt, dass der Partner Charakterzüge hat, die für dich wertvoll sind, um in deiner Persönlichkeit zu wachsen, dann ist man dem Partner gegenüber viel wohlgesonnener und, ähm, hat dadurch einfach auch, oder sieht den Partner einfach in einem viel, viel positiveren Blick. Ja. Und, genau, und das glaube ich, dass das die Kommunikation extrem nach vorne bringen kann. Weißt du, was mir gerade noch einfällt, was auch zu dem Punkt passt, was ich unfassbar gut finde, das haben wir aber auch erst, bei, im letzten Jahr, glaube ich, eingeführt, mit, ähm, dadurch, dass wir ja zu Hause arbeiten und Business und Privates sich halt, ja, quasi. Vermischt. Vermischt, genau. Ähm, oder ich ihm auch manchmal was zum Business frage, es ist halt super unterschiedlich, aber wenn wir beide in unserer Sphäre sind, so nennen wir das, in einem anderen Universum, dann ist der eine in Gedanken ganz woanders als ich zum Beispiel. Also, wenn Tim in ganz anderen Gedanken ist als ich und ich ihm dann kurz was frage und er enorm viel Energie dafür aufwenden müsste, jetzt quasi diese Frage zu beantworten, ähm, nur weil ich sie jetzt gerade stelle und jetzt eine Antwort haben möchte, ähm, das, äh, da haben wir uns tatsächlich angewöhnt zu sagen, boah, Darlene oder boah, Tim, gerade andere, andere Sphäre, so, später. Und dann ist das auch okay und dann, ähm, dann nehme ich das auch nicht persönlich oder du auch nicht, weil das halt einfach, ähm, wir das akzeptieren, dass das jetzt gerade nicht passt, ähm, oder man halt gerade komplett tief irgendwo anders drin steckt und, ähm, das ist auch wirklich ein richtig, richtig guter Tipp, finde ich, ähm, dass man das nicht persönlich nimmt, sondern einfach nur kurz quasi ein Code-Word hat, äh, Code-Word hat. Und bei uns ist es, oh, andere Sphäre und dann ist es auch fein. Dann fragt man es später. Genau. Wir machen mal weiter mit der nächsten Frage. Du bist dran, ne? Genau. Was würdest du sagen, wie man am besten mit unterschiedlichen Meinungen umgeht? Oh. Hm. Also, wir sind beide sehr, ähm, mittlerweile sehr lösungsorientiert, also, dass wir schon immer gucken, dass wir eine gemeinsame Lösung finden und nicht unbedingt ein Kompromiss, weil ein Kompromiss, das schwingt manchmal. Also, es ist unterschiedlich, wie man diesen Begriff versteht, aber bei manchen ist es halt so, dass man Kompromiss als etwas versteht, das einer zurückstecken muss. Und wenn das dauerhaft so ist, ist nicht cool. Nicht cool. Ähm, weil dann hat man irgendwie so das Gefühl von, ah ja, ich hab ja noch was gut oder so, das ist echt cool. Also, ähm, nennen wir das Ganze mehr Lösung, obwohl wir auch durchaus Kompromisse machen, aber es fühlt sich dann nicht so an, als wenn wir zurückstecken. Genau. Also, wenn zwei unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen, ähm, es kommt so ein bisschen darauf an, ob es so grundlegende Sachen sind. Zum Beispiel, wir hatten einen heftigen Streit mal in der alten Wohnung noch vor ein paar Jahren, ähm, zum Rollenverständnis. Das ist für mich etwas Grundlegendes, was in der Beziehung geklärt werden sollte. Das sind, diese grundlegenden Themen, die haben wir halt alle in unseren Online-Kurs Elements of Love reingepackt. Wenn man die halt einmal bearbeitet hat, dann kommen diese grundlegenden Themen eigentlich nicht nochmal in der Tiefe hoch. Ähm, man hat sich quasi so einmal synchronisiert. Ähm, dann wird's schon auch emotional. Aber wenn jetzt Probleme hochkommen oder Themen oder wo wir unterschiedlicher Meinung sind, dann ist das eigentlich, können wir da relativ pragmatisch gucken, hey, wie finden wir da eine Lösung? Ähm, also wirklich immer zu gucken, wie finden wir eine Lösung? Also, was wäre jetzt für beide okay und wirklich alle, alle Möglichkeiten abzugrasen? Ich glaube, das, das tiefer liegende Mindset dahinter ist einfach auch, euch beide wieder als, als ein Team zu sehen, was gegen ein Problem handelt, was jetzt gerade in eurem Leben ist. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass dieses kleine Problem, was auch immer es gerade ist, das versucht, euch auseinanderzubringen. Das versucht oder stellt eure Teamfähigkeit gerade auf die Probe. Und wenn ihr das so seht, dann könnt ihr euch ganz schnell überlegen, ey, wir lassen uns von diesem kleinen Problem, lassen wir uns jetzt hier nicht verarschen. Wir lassen uns jetzt hier nicht auseinanderbringen. Also, auseinanderbringen in dem Sinne, dass ihr euch emotional und körperlich voneinander entfernt, sondern ihr bleibt beieinander und sagt, du kleines Kackproblem, wir lösen dich jetzt und wir finden, wir finden eine Möglichkeit, wie wir als Paar gemeinsam damit umgehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Mindset, was bei uns immer dahinter steckt, weil wir, wir haben, also Darlene und ich haben beide einfach keinen Bock, Probleme langfristig in unserem Leben zu haben, die irgendwie kräftezehrend sind. Natürlich geht es im Leben immer darum, Probleme zu lösen. Das ist so gefühlt, ich will jetzt nicht sagen, der Sinn des Lebens, aber es kommt dem schon ziemlich nah, weil wir immer irgendwelche Dinge haben, um die wir uns kümmern müssen. Es kann aber durchaus auch sein, dass man manchmal Probleme nicht lösen kann und diese Spannung eine gewisse Zeit aushalten muss. Ja, genau. Das haben wir auch gelesen. Trotzdem kann man danach streben, die Beziehung möglichst, dass sie möglichst leicht fällt. Dass man einfach synchronisiert ist, ja. Genau, dass man synchronisiert ist, ja. Das ist definitiv erstrebenswert. Genau. Weil dann hat man ein ganz anderes Mindset und dann hat man wirklich die Möglichkeit, diese Sachen auch schnell aus dem Weg zu räumen. Was ein bisschen zu meiner nächsten Frage passt. War die Antwort befriedigend für dich? Ja. Super. Meine nächste Frage ist nämlich, wenn jemand von außen uns beim Streit zusehen könnte, was würde diese Person über uns sagen? Uns beide jetzt? Ja. Spannend. Die würde wahrscheinlich sagen, könnt ihr auch mal ein bisschen mit mehr Emotionen streiten? Könnt ihr mal bitte ein bisschen mehr ausrasten? Weil ich glaube… Das haben wir echt nicht so oft, ne? Ja, also wir beide sind halt echt extrem schnell in der Lösungsorientierung und wir geben uns selber oftmals gar nicht die Möglichkeit, sehr, sehr starke negative Emotionen aufkommen zu lassen. Also wir sind sehr, sehr schnell in dem Lösungsmodus. Es kommt immer so ein bisschen aufs Thema drauf an, das heißt jetzt nicht, dass Emotionen schlecht sind, auf gar keinen Fall. Absolut nicht. Emotionen sind immer auch erstmal neutral beziehungsweise gut, sie geben uns ein Signal, sie geben uns ein Zeichen. Aber wir haben das halt manchmal auf der, ich glaube auf der Weltreise ist das sehr krass so entstanden, dass man manchmal dann so fettig war und beleidigt. Aber das hat uns in dem Moment halt absolut nicht weitergebracht, sondern wir mussten jetzt eine Lösung finden. Und da ist diese Emotion halt, kann man mal kurz rauslassen, aber dann ist halt auch fein so. Und das ist tatsächlich bei den meisten Problemen mittlerweile bei uns, würde ich schon sagen. Ja, würde ich auch sagen. Trotzdem würde jeder andere, der wahrscheinlich auf unsere Beziehung gucken würde und sich so eine Diskussion angucken würde, würde sich so denken, hä? Hä? Das ist jetzt ein Streit bei euch? Ja, weil das so, also manchmal habe ich wirklich das Gefühl, wir sind da so ein bisschen pragmatisch. Ja, wir sind echt mega pragmatisch, was das angeht. Also wenn du dir jetzt so vorstellst, dass wir uns irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwelche Tassen und Teller irgendwie an die Köpfe schmeißen und uns irgendwie laut anfluchen und beschimpfen und weiß ich nicht was. Man kann konstruktiv streiten. Ja, genau. Das wirst du wahrscheinlich in der Regel bei uns nicht finden. Also obwohl wir schon durchaus so Streitsituationen hatten, wo das dann aber wirklich was Tieferliegendes, Emotionales getriggert hat. Dann, das war zum Beispiel in Mexiko ungefähr vor einem Jahr jetzt, da hatten wir nochmal, ich glaube, das war so der letzte krassere Streit, wo du echt Tieferliegend was bei mir getriggert hast. Das war aber auch im Zuge des Zusammenarbeitens, was auch nicht immer ganz einfach war am Anfang. Ja, aber dann bin ich auch schon mal so echt sauer und brauche mal kurz auch ein paar Minuten für mich oder du ja auch. Also es gab es durchaus auch und würde es wahrscheinlich auch nochmal geben. Ich glaube, die schlimmste Form an Streit, die es bei uns gibt, ist, wenn wir uns anschweigen. Bobber vor Wut anschweigen. Ja. So innerlich köchelnd. Bei uns eskaliert das dann nicht ins Laute, sondern ins Extremleise, glaube ich. Bei dir auf jeden Fall. Ich bin dann schon manchmal so und dann muss die Wut irgendwo rauslassen und dann gehe ich woanders hin. Ja, das sind dann die, also die, wo wirklich was Tieferliegendes, Emotionales. Dann geht es nicht so um diese Oberfläche. Aber wenn es um die oberflächliche Ebene geht, dann sind wir sehr pragmatisch. Genau. Ah, du bist dran, jo. Nee. Doch, ich habe gefragt, du bist dran. Genau, letzte Frage. Was ist deine innere Haltung gegenüber mir in Bezug auf das Thema Kommunikation? Meine innere Haltung? Zorgen auf dich. Also eine innere Haltung beziehungsweise Mindset, was ich auch vorhin schon so ein bisschen gesagt habe, ist so dieses, okay, du willst eigentlich nur das Beste für mich. Das vergisst man manchmal sehr schnell und ich vergesse das auch immer wieder. Aber, ähm, das ist wirklich auch ein Game Changer. Innere Haltung ist auch eben so dieses Zeitgeben, das hatte ich vorhin auch schon so ein bisschen gesagt. Und innere Haltung ist, ähm, wir sind ein Team und, und du, du willst mir nichts Böses halt. Also, und wir, wir sitzen hier, we are in this together. Ja, also wir sitzen hier zusammen in dem Boot und das ist so, ähm, das macht schon viel aus. Ich glaube auch ganz viel ist diese, wenn man, wenn man halt immer davon ausgeht, dass der Partner einem nichts Böses will, sondern immer nur das Positive im Blick hat, dann kann man auch viel, oder was heißt, ja, viel einfacher, aber kann man, glaube ich, eher Spiegelungen auch zulassen. Kann man, kann ich mir vorstellen. Ja, ja, Spiegelungen oder Feedback vom Partner ist nicht unbedingt immer einfach, aber, ähm, was ich auch noch gelernt habe in Bezug auf, auf dich ist halt, dieses, wirklich dieses Nachdenken lassen. Also, wir hatten, ähm, letztens irgendwann nochmal ein Gespräch, also es ist schon wieder jetzt auch was her und da haben wir auch schon drüber gesprochen, ähm, ist halt so, so ein Gespräch über Sex gehabt, ne, ohne Witz, das hat das ganze Abendessen gedauert und wir haben da einfach gesessen. Und da war einfach bis zu fünf Minuten Pause safe und es war mega komisch, ich habe in meinem Essen rumgestochert, habe gegessen, habe mich zusammengerissen, weil das war schon emotional, aber ich wusste, es bringt jetzt halt nichts. Ähm, das ist auch klar. Und da wirklich dir die Zeit zu geben, eine Antwort zu geben, weil sonst bekomme ich die nicht. Wenn ich nämlich dich voll labere, ähm, weil ich die Antwort will, das bringt nichts. Ja, genau, das ist nämlich auch so ein, ähm, so ein, so ein Verhaltensmuster, was oftmals der, äh, was, manchmal, manchmal gibt es Paare, so wie wir, da ist ein Partner eher so der, der kommunikativere und der, der eher viel redet und so seine Lösung, im Reden findet und der andere findet eher Lösungen in dem, in dem sich selber drüber nachdenkt. Und bei mir ist das so, oder bei uns ist das so, dass ich eher so der Nachdenker bin und Italien die, äh, genau, die Person, die halt viel darüber reden muss. Und wenn die Person, die Lösungen findet durch das Reden, den anderen überflutet mit Worten, dann hat die Person, die darüber nachdenken muss, die blockt dann ganz schnell ab. Und so war das bei mir oder beziehungsweise bei uns am Anfang unserer Beziehung, dass Salen mich echt geflutet hat mit Emotionen und mit, äh, mit Worten. Und da habe ich halt einfach, äh, abgeblockt und habe dann irgendwie auch keinen Bock mehr gehabt, darüber nachzudenken. Ich habe das noch mehr getriggert, das habe ich so oft gemacht. Weil, weil das für mich, ähm, auch wieder mit negativen Feedback irgendwie verknüpft war. Und dann hatte ich da keinen Bock drauf. Und dann bin ich auch so in diese, äh, ja, in so in diese Abwehrhaltung gegangen und habe dann auch zu ihr gesagt, ne, will ich jetzt nicht mehr. So, und dann haben wir aber für uns beide gelernt, dass es einfach konstruktiver ist und uns einfach weiterbringt, wenn, wenn wir diese Muster anerkennen. Und manchmal lasse ich die Darlene auch einfach reden und stelle einfach nur Nachfragen und dann kann sie auch, kann sie sich selber in diesen Fragen widerspiegeln und alles ist gut so. Aber wenn wir jetzt ein Problem haben, was uns beide betrifft, dann, genau, ist das so, wie Darlene jetzt gerade auch schon sagte, dass, dass sie mir dann da auch einfach Zeit gibt, über dieses Problem nachzudenken. Und die Sachen auch zu formulieren, das ist natürlich auch, also, das Erste für sich. Genau, das Formulieren ist ja natürlich auch noch mega schwierig. Ja, wirklich. So richtig mit anzufangen und Tim wollte meistens einfach nur Lösungen finden und die liefern. Genau, und mittlerweile bin ich halt einfach so, dass ich auch konstruktiver streiten kann und genau deswegen, da sind wir uns so ein bisschen entgegengekommen. Tim kann die Gefühle mehr benennen und mir auch kommunizieren, damit bin ich dann fein. Und ich gehe nicht so sehr in die Gefühle und, ja, und wenn ich das halt brauche, dann gehe ich mal kurz in einen anderen Raum. Aber das ist dann auch fein. Also, ich habe gemerkt, das bringt uns enorm weiter in unserem, in unserer Kommunikation. Genau, ich glaube, das waren schon alle Fragen, oder? Nee. Ach, du hast noch eine? Ja, ich habe noch eine. Oh, spannend. Da muss ich noch kurz, eine ganz kurze Einleitung zu machen und zwar John Gottman. Okay. Eine Einleitung zu einer Frage, ich bin gespannt. Damit die Zuhörer das auch verstehen. Also, John Gottman ist ein super Typ. Also, der hat ganz viel geforscht im Bereich Partnerschaft und der, ja, nennt oder er beschreibt es so, dass es sogenannte Rettungsanker gibt in Streitsituationen, Gesprächen, in Partnerschaften. Und diese Rettungsanker beschreiben eigentlich, dass ein Partner, also stellt euch mal einen heftigen Streit vor und ein Partner sagt dann zum Beispiel kurz etwas off-topic, etwas Lustiges oder sagt irgendwie auch, komm, gib mir doch mal eine Umarmung oder so. Das kann ganz, ganz, ganz unterschiedlich sein und wirft quasi somit einen Rettungsanker aus, so nach dem Motto, okay, es ist doch aber eigentlich alles gut. Und wenn der zum Beispiel mehrmals ignoriert wird, ist es eher schwierig. Aber so Rettungsanker sind mega, mega gut. Und man macht das meistens unterbewusst, man kann das aber auch bewusst legen. Tim, was denkst du, sind unsere Rettungsanker? Ja, ich glaube, ich glaube, wir haben zwei unterschiedliche. Ich glaube, auf der einen Seite bist du sehr stark dafür verantwortlich, dass diese Anker geschmissen werden, würde ich sagen, weil du sehr harmoniebedürftig bist und wobei das, also du hältst diese Spannung schon mehr aus als am Anfang unserer Beziehung, glaube ich. Aber trotzdem bist du von uns beiden immer noch die Harmoniebedürftigere, würde ich jetzt mal so sagen. Ich kann, glaube ich, noch mehr Spannung aushalten als du. Das stimmt. Deswegen bist du die Erste in der Regel, die dann wieder, ich will jetzt nicht sagen, Anker raus. Ja, genau. Und wie sieht der Anker genau aus? Ich glaube, du kommst dann einfach hin und willst mich dann umarmen oder so und, oh, gib mir mal einen Kuss. Ja, das ist so mein Zeichen dafür, okay, ist trotzdem noch alles gut. Ja, und genau, ich gehe dann halt fast immer, sagen wir mal, 90 oder 95 Prozent der Fälle auch auf diesen Anker ein. Und weil ich auch weiß, so, das bringt uns irgendwie jetzt hier alles nicht weiter und wir haben, also da hängt halt zu viel dran bei uns, dass wir uns nicht verstehen. Deswegen gucken wir da immer schon sehr stark, dass wir das schnell wieder aus dem Weg geräumt bekommen. Und das Zweite ist, glaube ich, dass ich, das kommt nicht so häufig vor. Ich glaube, so das, was ich gerade erzählt habe, ist, glaube ich, unsere häufigste Anker. Aber manchmal reißt ich da auch einfach ein Witzchen drüber. Du schmeißt manchmal auch Anker, doch, würde ich schon auch sagen. Und dann lockert das die Situation auch wieder auf. Das ist nicht ganz so häufig, aber manchmal schon, glaube ich. Ja, weil manchmal sind diese Witzchen dann nicht so richtig förderlich. Dann denke ich mir so, nein, Tim, auf gar keinen Fall. So witzig, noch bin ich nicht bei der witzigen Ebene. Ja. Aber ich mache manchmal auch Späßchen, ne? Und dann gucke ich ganz bestimmt. Ja, ihr müsstet das jetzt sehen. Man macht einen Schmolmund und dann ist meistens alles wieder gut. Genau, aber ihr werdet das selber wissen, was ihr in eurer Beziehung für Rettungsanker habt. Die hat jedes Paar in der Regel. Die Frage ist immer nur, ob man dann darauf eingeht oder nicht. Und sobald man halt beginnt, nicht mehr auf diese Rettungsanker einzugehen. Oder mehrmals hintereinander nicht. Mehrmals hintereinander nicht, genau. Dann wird das unter Umständen ein bisschen kritischer, weil man dann diese ... Man hat nicht das Gefühl, dass man es wieder in Ordnung bringen kann, in dem Moment zumindest. Genau. Wenn es was tiefgreifenderes ist, ist es natürlich schwieriger. Dann würde ich auch nicht sofort auf Tims Witz eingehen. Aber, ja, dann brauche ich halt meistens so einen Moment. Genau. Also das können echt voll viele unterschiedliche Dinge sein. Ja, voll. Also das kann ein Witz sein. Das kann eine Umarmung sein. Das kann ... Ach komm, lass doch ... Ist jetzt nicht so wichtig oder so. Genau, das kann irgendwie ein Satz sein. Alles Mögliche. Ja, aber da könnt ihr euch einfach auch mal noch mal reflektieren, vielleicht nach der Folge oder jetzt, was ihr das, was das bei euch ist. Und macht euch das einfach mal bewusst. Denn wenn ihr sowas habt, ist das extrem wertvoll. Genau, man kann auch quasi einen Rettungsanker bewusst setzen, so wie mit dem Codewort, Codewort, andere Sphäre. Kann man zum Beispiel auch sagen, boah, wenn man merkt, okay, wir spielen gerade gegeneinander, dabei sollten wir das nicht, kann man auch einfach reinrufen, ein Team, hallo, selbes Team. Und das ist auch so, ah, okay, stimmt, krass, spiele ich gerade gegen meinen Partner oder gegen das Problem? Ist auch so ein bisschen so ein Rettungsanker. Kann man dann machen, wenn man plötzlich merkt, ah, das Problem stellt sich gerade zwischen uns. Ja. Das kann nicht sein. Aber das ist halt automatisch dieses gegen den Partner feuern, weil er scheinbar das Problem hervorbringt oder so. Das ist automatisch unterbewusst so gelegt. Ja, ist ein bewusster Rettungsanker. Genau, das waren die sechs Fragen, die wir heute für euch vorbereitet hatten zum Thema Kommunikation und wie wir darüber denken, wie das bei uns abläuft, was für Methoden wir haben, was für innere Haltung wir haben. Genau, ich hoffe, ihr konntet oder wir hoffen, dass ihr schön wieder was mitnehmen konntet. Seien wir bis zur nächsten Woche. Genau, freuen uns darauf, euch nächste Woche wieder hier an selber Stelle, selber Ort begrüßen zu dürfen. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.